E-V-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R. A Game by Nameless, made in Unity 3D. Song by Khorne Okay, das klingt schon mal relativ interessant, würde ich sagen. Okay. Ich würde mich nicht als eine Person beschreiben. Ich erinnere mich nur von meinem Bett zu kommen und habe einen großen Fehler gemacht. Okay. Klick, um zu fortschreiten. Ich klicke. Oh, jetzt. Oh. Oh, hi. Wow. Wie ist es? Ah, es ist so laut. Hallo. Ah, puh. Ah. Dirty. Okay. Dann sollten wir uns doch, glaube ich, mal ein bisschen waschen, oder? Wir sollten uns waschen gehen, ja. Sollten wir. Hallo. Oh, cool. Du siehst toll aus. Tolle Aussicht, würde ich mal sagen. Oh mein Gott, wir gehen so komisch. So mega langsam. Okay, okay. Hallo. Hallo. Ein Schrank. Cool. Now I'm ready to go. Oh, wir haben uns angezogen. Now I'm ready to go. Okay. Wo gehen wir denn hin? Hallo. Mach auf. Ich weiß noch nicht mal. Wow, mit Leertasse können wir springen. Okay. What the? Hallo? Ich hab das Spiel unglaublich laut. Kann man auch irgendwie rennen? Okay. Da ist einfach nur eine... Da ist einfach nur eine Tür. Irgendwo da ganz hinten. Ich bin mal gespannt, was das hier ist. Tür. Okay. 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 Das hab ich jetzt nicht verstanden, aber... Okay. Dann... Stehen wir jetzt auf und ziehen uns nochmal an. Hallo? Was zu verfickten... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab keine Haut. Allein nur wegen den Sounds. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Oh mein Gott. Die Sounds sind so unglaub... Wo sind wir denn jetzt gelandet? Oh mein Gott. Ich bin gerade so mega brainfuck. Ich hab absolut keine Ahnung, was passiert. Hallo? Was ist... Was ist der Sinn? Da hinten ist irgendwas. Komm, wir versuchen das mal. Okay. Hier ist überall irgendwie ein bisschen Blut und so. Okay. Was ist denn das? Okay. Hallo? Hä? Wo bin ich denn jetzt? Okay. Frag mich nicht, warum ich hier bin. Hä? Ich bin... Leicht verwirrt. Oh mein Gott. Das hört sich auf jeden Fall nicht sehr gesund an. Nein! Oh! Das ist ja irgend so ein Face hier unten. Ich bin jetzt der gefühlte eine Milliarde mal hier runtergefallen, weil ich einfach nicht wusste, wo ich langlaufen musste. Weil ich eine Million Kombinationen versucht habe, irgendwie hier durchzukommen. Aber anscheinend habe ich es jetzt geschafft. Es war doch leichter, als ich gedacht habe. Und mal sehen, was mich jetzt hier an der komischen roten leuchtenden Tür erwartet. Da bin ich jetzt echt mal gespannt, was hier so Spannendes sein soll. Hallo? Tür? Irgendwie ist das Spiel ein wenig sehr merkwürdig. Hallo? Okay. Warum gehen wir jetzt diesen komischen Gang hier lang? Ist irgendwas hinter uns? Oh mein Gott. Okay. Der Sound wird immer lauter und wir gehen immer zu komischen Türen, die... Was zur Hölle? Okay. Verrat mir bitte den Sinn des Spiels. Ich verstehe ihn nicht. Aber die Sounds, die machen, dass ich mich sehr merkwürdig fühle. Und was ist das für... Das ist ein... Ich dachte erst, das wäre ein Auge. Aber das ist ja gar kein Auge. Was zur Hölle ist das? Hallo? Was bist du? Okay. Hallo? Ich verstehe... Ich glaube, die Person hat irgendwie... Einen Knall oder so. Okay. Was sind das für Geräusche? Es... Folgt mir irgendwas? Ja, ja. Ich laufe schon ein bisschen schneller. Ja, 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 ja. Das denke ich auch, wenn ich abends im Bett liege. Ja. Hm, 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 hm. Nein, ich drehe mir mich jetzt nicht um. Nein. Ich weiß nicht. Das... Ich kann... Ich... Ich... Ich kann hier nicht lang. Hallo? Ich... Ich will nicht... Nein! Was ist das? Warum brüllt es mich an? Warum mich anzubrüllen? Oh! Ich... Bin irgendwie... Ich stecke irgendwie, irgendwie fest. Ich... Keine Ahnung. Es... Passiert einfach nichts. Hallo? Hä? Was zur Hölle? Okay, ich hab den Weg gefunden. Nein, das ist auch nicht der richtige Weg. Oh mein Gott. Hallo? Ist das hier der richtige Weg? Ich hab absolut keine Ahnung. Ja, ich glaube dir, dass du mich gerade anguckst, aber... Bitte hör auf, so zu... Mit mir... Mit mir so zu reden. Du bringst mich zu weinen. Hallo, große Tür. Was muss ich jetzt bei dir machen? Gehst du... Um... 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 Das sind leicht verstörende Bilder. Ja, ich habe irgendwie Angst mich umzudrehen, große, große Angst mich umzudrehen. Oh mein Gott. Okay. Hinter mir ist nichts. Yay! Oh, da ist eine Tür. Aber ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. Ich will das nicht mehr sehen. Lass mich hier weg! Ich will das nicht mehr sehen! Ich will laufen! Lass mich weg! Ich will nicht mehr! Nein! Hör auf! Hör auf! Nein! Lass mich doch in Ruhe! Ich will zu der Tür! Tür rette mich! Wie lange muss ich hier stehen? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich kann mich bewegen! Ich weiß nicht, was ich gemacht habe! Hallo! Hallo! Lass mich raus! Ah! Uh! Uh! Oh mein Gott! Oh, jetzt habe ich mich erschreckt! Wer oder was bist du? Bitte lass mich in Ruhe! Ah! Lass mich weg raus! Okay! Uhuh! Jetzt habe ich mich wirklich einmal richtig krass erschreckt! Weil da war plötzlich irgend so ein Skelett! Okay! Bisher raffe ich dieses Spiel einfach mal über Null! Über Null! Weißt du, du willst dich einfach ganz normal anziehen! Und dann passiert irgendwie so ne Scheiße! Hallo! Oh! Okay! Hallo! You can't die! And even if you want, you can't yet! Und warum nicht? Click me! Okay! Ich klicke dich! Muss ich ja wohl, he? Hallo? Oh mein Gott! Ich habe gerade extreme Gänsehaut bekommen! Als ich diese Gestalt... Es redet mit mir! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Es ist schon wieder da! Lass mich in Ruhe! Bitte! Ich will nicht mehr! Geh weg! Ich mag dich nicht! Du bist nicht mein Freund! Du bist ja immer noch da! Verschwinde! Ich will nicht, dass du hier bist! Verschwinde! Nein! Nein! Es ist weg! Der Raum ist echt wunderschön! Der gefällt mir! Ruhe! Eine Tür! Was macht sie hier? AAAAAAHHHHH!!! HOLY FUCK! OOOOH! OOOOH! MEIN GOOAAD! OOOOH! 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 Hi Slenderman, es freut mich dich zu sehen. Du bist mir wesentlich angenehmer. Oh mein Gott. Holy shit. Hallo? Alter, mein Herz, ich ohne Witz. Holy shit. Oh mein Gott. Ich will nicht mehr dieses Spiel spielen. Oh, Alter. Oh mein Gott. Ich habe so extreme Gänsehaut gerade. Ich will nicht mehr. Oh, ich schwitze. Puh. Okay. Puh. Ich möchte einfach nur noch, ich möchte einfach nur in mein Zimmer. Ich möchte einfach nur in mein Zimmer. Okay. Hey, ich kann nichts machen. Hallo? Was, was muss ich tun? Okay. Wieso bin ich hier? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich mag keine langen Gänge mehr. Ich will nicht mehr. Kann dieses Spiel bitte jetzt zu Ende sein? Ich kann mir vorstellen, dass jetzt irgendetwas passiert. Irgendwas passiert. Und ich werde mich dabei umbringen. Hallo, Tür. Oh mein Gott. Okay. Das war jetzt nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber okay. Aber... Ich bin schon wieder... Hier. Ah! Oh! Wow! Oh! Oh mein Gott! Ja! 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 I'm beginning right now. And never will I give up. Homie, this is food for thoughts you better fill up. I'm coming in strong with the song and very long so I gotta make you understand before the beat is gone. Homie, you are not alone. We are in a zone. We are in the matrix full of that fake shit. Make you want to grab the gat and go ape shit. Living in a world of lies. I can't take it.